näher genug wäre das kleine genug waffenslots und und so was aber halt die also die waffenslots und sowohl nicht und genervt aber die allgemein für die gegenstände normalen die stelle da mein haus ist schon voll damit das wohl kacke da das muss man nur einfach einfach zwei anfangs zeug habe ich mir jetzt gerade damit ja ja auch weil ich jetzt wahrscheinlich sterben sind wir brauchst nur kurzer fahrrad so wie wegfragen das autobahn der behalte sonst ich will nur ein schlechtes weg aufs wettbewerb ich das ziel jetzt die stufe bauen kann das soll ich glaube du hast hier mein kopf kann ja mal erwarten und dann gehe ich mal hinten rein neu ja es war vorne jetzt hier und lass mal losfahren also jeden fall bei 1 und schweine kann sie kurz raus lassen aus zu nachher naja passt schon das ding ist im legalam hier hinten aber als leise eigentlich ja ja das ist das gute jedenfalls leise aber auf der straße wäre das mit 130 123 schwindigkeit er ist das genau so schnell wie es sowie ist schöner muss unbedingt nur hier sektor wie unbedingt oja warum mit dem haus jetzt voll machen mit seiner ich brauche unbedingt waffen das sei bei mir im haus die alte toolbox und so rein gehen oder ich habe mir auch drei toolboxen drin ich habe bei mir jetzt irgendwie 3 3 pickaxe 3 die hätte er das will ich nicht rein fallen und boxen und ein neid wir sollten Prozent also draußen ist deutschboxen auf verbosen Kamin in einer Getriebe die Partie ab ich bin nur kurz so ein Becker somit holen ich war kriege ich kann ja mitnehmen da hat er einen pkm gehabt oder pkp betreibt 32 33 33 um einen normal schnell und so das hat sowohl inzwischen wir müssen auf morgen gemerkt aber von einem anderen klaren hier muss ich immer ich gucke erst mal wenn ich bevor ich da vorbeifahre die neben uns da tb 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 ist nicht drauf wird ganz mit mit gutem gewissen vorbeifahren ja ich den habe ich auch schon möchte hier ja vielleicht zu machen aber mit dem scheiß dinge da kannst du nicht landen wenn er auf dem sektor b so beschossen ist er ist einfach so möglich denn da musst du schon mindestens einen juli oder einen trager haben weil der hält ja nix aus der aga geht aber auch schnell ja der trager geht also ich bin aber mir habe ich da noch nie geschafft der die immer kacke schnell bei mir kaputt ist auch nicht warum gerade große idee weiß ich nicht er ist zwar groß aber er hält auch viel aus aber der kann auch gut kann man mir ist ja keiner mehr also jedenfalls ein nachsagen jetzt sagen wir jetzt das ist vor allem da wird in die wir da neuer wird sie hören durch sie kommen die pkp schüsse da freut mich schon drauf wenn du kurz auch eine leiche die meine leiche wird ja wohl keiner genutzt haben da ist ja nichts dran naja vor bloß weg hier ich will nur kurz dass mich kurzer hin fest dann bauen wir gleich erstmal das band level 3 aufs ende level 2 sobald wenn drei weiß nicht wieso ich immer die menschen raufkrieg also ich werde sie wird immer zurück gesetzt ein bisschen immer wieder ja also wenn ich sterbe den krieg also eben bin gestorben da war ich noch battle 2 bin nochmal gestorben und deswegen gebändel 1 also irgendwie komisch weiß ich nicht ja aber du siehst noch diesen stern da oder ist ja ganz weg ja ein habe ich noch ne der schimmern noch ich brauche ich brauche nur einen kill damit wir werden über 2 deswegen sage ich kriegt man ein bisschen ich bekomme ich schätze mal so 100 oder 200 die man die kriegt man wie rauf wenn man stirbt also vielleicht hört sich das nur in richtung nur hier schon aus ja ja ich stecke aus alles gut dazu wir haben zurückfahren oder was machen willst ich gucke mal die scheuen ob da unneus gespawren ist aber ich glaube nicht ja ich warte hier schon zu lange kannst du gerne auch machen mir egal fahr'n camini rein ja fahr'n wir schön camini rein mit dem fetten auto schüsse provozieren schüsse provozieren ich weiß nicht ich weiß nicht ja ein zombie schlägt auf ihn jedenfalls ja dann schießt mein macka auch auf mich nexus 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 stirb du hohen Kind wo habe ich getroffen wow ne das war nicht das war ja ja ich habe ihn gekillt habe ich schon wendel wird zwei siehste komisch wenn ich die nicht getroffen habe ey dann hätten wir auch einmal bestellt ich habe mich geblühtet Gott sei Dank da wird nicht noch eine Leiche ja guck mich da steht aber so'n scheiß zombie da nehmen ja ich habe ihn nur gesehen weil das zombie hinter ihm hergelaufen das siehst du so'n scheiß zombie kann schnell echt alles machen ey deswegen nerven die Typen mal auf die rennen die ganze Zeit hinterher und dann tut nicht so und dann tut nicht so und dann musst du dir erstmal bandagieren dabei fang ich immer noch auf dich an zweimal blöd für die oder eins was zu trinken kann man drauf mal oder zehn mal was hast du trinken oder was ne habe ich gerade gefunden hier kurz zu dem Typen laufen der in Double World oder so hat gehört aber ich glaube das war hier oder der Zweig soll so auswissen er hat ganze Zeitzeit geschrieben er kommt schon lass mich hast es gehört mhm mhm boh man im Arsch lass mich ich bin Bennett Level 2 werden ja warst du davon ich hasse es ich will's für dich die Typen wie Leiche wieder nicht mehr ne ja war klar ist er davon nicht gestorben hier irgendwo das habe ich jedes Mal Taviana Garten wo es Kille von Ball Taviana Garten ja einige nennen sich einfach so ach so echt ja ja kannst du mal in die Zwischigleiche werden nicht vielleicht ist ja auch weggepackt keine Ahnung ja ich bin zu dem nicht die Leiche wieder zu finden ich bin echt zu doof weil ich muss schon echt wir packen die ja immer weg die Leiche das ist doch komisch bei dir das haben die so oft weg ich weiß auch überhaupt nicht wo ich den gekillt habe mehr habe ich mir vergessen hey war einer Mann ich kann ja in die Aufnahme gucken weil der hatte nur so einen scheiß Zubble Barrett ist mir jetzt so fit mitzusuchen ich höre das gehört ne muss ja auch klar und auch mal weiter hier ich bin zu hause da hast du gehört von da ganz hinten okay ja ich finde die AKS ja ich war ja auf dem halben Weg ich weiß nicht die Gruppe von ihr eigentlich relativ leise relativ ich pack den Wagen erstmal hier naja gut ja wenn du äh auslockst oder so weißt du ja Reifen abbauen und verstecken ne da rennt schon wieder ein Spiel ey kann mir echt nicht erzählen ey ich habe keinen Fernseher ne na ich warte hier kurz bis er kommt oder ne läuft da rein kann mir nicht boah wie viel hier bei vollem Server hast du echt die Arschkarte hier ey den sehe ich da vorne und sagen ja das ist ein Spiel auf jeden Fall das ist kein Zombie du hast auch keine ordentliche nein das ist kein Zombie das ist ein Spiel da schießt ich höre die Waffe ich höre die schieß immer noch ne hier schießt keiner mehr okay dann ich weiß nicht was du gerade machst ich höre mal nicht schneller als der oh Gott na gut sie haben alle nur scheiß Makarov naja das sind keine Schüsse oh Gott der kommt wieder her die Lebensbräuche ich weiß nicht ob er mich gesehen hat weiß ich nicht wo rennt der? was macht der denn da? der rennt irgendwie im Wald dann lass ich den mal das Glück hab lass ich dich mal im Leben viel Spaß mit Trecker danke Trecker Trecker ja ja das sieht auch nicht das aus ey als wäre er mit rein kommen würde komplizier ey ich weiß noch wo der Leiche war ich hoffe dass der Typ nicht in der scheiß PKP da oben sitzt ey wehe ey komm du kannst doch wo das Haus aufmachen geht doch ja wir müssen ein bisschen rumwedeln da rein aber ich fand es vorher die Version fand ich vorher besser schön chill dich mal auf Sektor B fliegen ist manchmal geil da jetzt weiß ich nicht das ist nicht zu schwer es war schön dass sie sagen ja die Spiele brauchen eine Herausforderung aber es war auch schon schwer genug dann sollen sie nochmal ein neues Sektor machen oder irgendwie so ja ja die Labor geht auch nehmen Labor war sowieso scheiße weil das so Buggy war aber die Labortype haben auch nur RAKAs die haben auch keine dicken Bummen mehr was habe ich jedenfalls gelesen ja ja die Kette ich nicht das ist nicht an dir ich sehe den Zementsack oh Gott ich sehe ihn schon soll ich kommen? am besten ja warte das wäre nice wenn du kommen würdest ich habe ja nichts anderes zu tun ne ich habe meine Leiche wieder gefunden aber so wenn sowas wird weg hier aber sowas von ein Typ nur hätten das hätten irgendwo bald gelaufen das ist mir ist auch egal ich komme jetzt zurück zu scheinen da kannst du jetzt schon ich komme dahin wo du mich ausgesetzt hast ja ich weiß kann ich auch immer hier die Action ab hier immer eigentlich schreiben die immer ja im Süden da will ich die Stadt ne ja aber eigentlich im Süden die war voll direkt schon aber ist die Basen hier oben hier oben hm aber ist auch geil hier oben das ist auch irgendwie 99% PVCP zu rein ja ja hier oben ist richtig hart ey ich bin aber ein Beilo mehr irgendwie manchmal Beilos auch mal richtig die Action aber also ich auf der ganzen Web ist eigentlich Action also ganz so ein Süden das Action im Norden das Action im mitten so ein bisschen ist ein wenig aber im Norden und Süden gerät die aber auf der Südeninsel geht es auch mal so die abwärts oder man hat so wenig los Sabina da ist das schlimmste Problem was du hast beim Auto zu zusammenbauen ja habe ich schon gemerkt ne ja habe ich so aufgeregt bist schon wieder unterwegs mit dem Auto ja gut bin gleich bei der Scheune ich habe das Gefühl dass wieder dunkel wird oder kann gut sein ist noch gerade hell geworden ey ich habe noch gerade zu hören wie es das gab Tavianagard weiß ich nicht ich gucke gleich mal auf den Server wenn ich im Auto bin gucke gleich mal auf den Server auf den irgendwie mal mit Tavianagard heiß da heißt einer OMEX Tavianagard G0 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 G1 siehste nervig so was aber wie lange haben wir kein Heli mehr hatten ey das kotzt mich die an Heli steht ja hier genau neben mir ja das scheiße ich will ein ordentliches haben da behäue ich immer mal wie einen zusammen ich glaube ich habe nur einen Minrotor im Haus aber ich habe noch ich habe noch Fuel und Engine und Scrap Metal ja den Rest habe ich ja Scrap Metal ist auch immer so ein Problem habe ich auch mal ganz wenig aber davon haben wir jetzt eins im Wendel ich habe auch zwei glaube ich die Opfer ne brauchst du ja zwei mit 28 kmh ja das ist deswegen das Ding mal gegen Pickup ausgetauscht weil es so kacke langsam ist da sonst ist das geil das Auto richtig awesome sonst naja soweit bin ich jetzt bei der Schweine so gut wie ne ja das trage ich mich auch mein neueres Haus du kommst mir doch ey mein neueres Haus ey wir müssen das Haus nur noch befüllen jetzt zeug ich mir vielleicht mal zwei Reinforcements habe ich gehört ja Du hast noch Hero-Level 1 gewissermaßen immer noch nicht so wollen immer ich nur noch nicht so etwas bringt den Charakter man sie machen sich das bringt die reichen der der irgendwelche hobby ja ja hier liegen und ich hab den immer genommen immer wieder an dem dreidel zum militärisch wird es sei denn wie immer die sich für die Gartner und erhält sich in den Ort der Sprecher vorsehen habe ich auch gerade ja und ich weiß ob es besser ist ich fand 43 er hat der Gapner mit so sehr 28 39 aber ich habe die ganze Zeit durchgedrückt nahe ich auch immer mehr und geschifft im Schiff gedrückt die mann guckst die Besucher und gucken wie sieht das aus wenn ich so mache komisch das sieht noch menschlich aus echt das sieht manchmal nicht menschlich aus wenn man sich den Hals verdreht man kann sich den Hals verdrehen ja wenn man so nach oben guckt wenn man beim Bienen das sieht auch geil aus für unmenschlich hier aber hier hinten haben wir irgendwie immer die Ruhe auch mal zu warten hier wird überhaupt keine Ruhe ja ja den Bord von der Bebuch an den Nürnpil ich auch immer über uns ja das ist ja schön weil es dann will es auch zu sein weiter ja wobei noch gesagt hat auch es gibt noch auch und dann waren sie alle da um uns herum erinnert er hätte so viele Freunde auf dem Zerwein in der Region verheiratet hier und jedem manchmal ich nicht wenn man kann da zwei solche Jeeps an haben mich weggeknallt ein ausgestiegen neue vertrautes Heim abgefahren aber gucken ich glaube dieser so reinlegen dann muss man nicht muss man ja wieder Prozent gut angeben wird gehört so wie es die Option hat ergegangen Nürnberg nicht immer wenn man klingelt hat die Leute oder schon was drin achso die Sachen spawnen ja wieder da drin ja Limestone und Reinforcement Wurth Limestone? hm ich spawnen mal in der Witz ähm Reinforcement Reinforcement brauchst du schon mal zwei reinpacken und äh ja Reinforcement 2 die Reinforcement Wurth das hab ich glaube ich ich geh nochmal die 2box raus ich geh das auch raus die Limestones und die Reinforcement Wurth das braucht man nachher verlösst das nur mit zwei raus ich hab keinen Back ich hab auch mal mega annehmen jetzt hier komm mit einer Base er hat ja schon die Tür das hat alles das hat nur ein Dach und die Innenausstattung ja komm auch nicht rein ah jetzt das das da rein das da rein das da rein Sonne wie warst du das drin gepackt? M2 wozu meine jetzt auch nicht doof da zwei Stück hab ich noch ja kannst dir aus dem Grab ATV mal die Steine holen das Grab ATV steht da hin hinterm Stein hinter meinem Haus hinterm Stein hinter meinem Haus hinterm Stein ach so ja ich mach nicht gern mit dem Mega Pack rumlaufen ey fühl mich immer sonst hier irgendwie ich die immer behalten ja wenn man nichts anderes hat ja wenn man nichts anderes hat ja ich hab auch keine Ahnung Backpack jetzt aber ich nenne das auch lieber ohne Backpack los dann such mal 9 ey wieviel braucht man? 35 ok Holz muss ich gleich nochmal kurz gucken ich glaub 55 Volt ist ja nicht krank aber wir haben ja genug Äxte ja dann würde ich sagen Holz haben wir ja ich hab drei Hedges sogar noch naja ich hab auch genug wieviel steine ich hab da ich hab jetzt echt eine Tavia Garten 0 1 G eine für die Olu Max naja wär echt ein bisschen Homeway heutzutage macht dir so viel Spaß ne hm 20 sind schon mal eine Tonne man leckt grad ein bisschen das Server muss ich sagen ja das hab ich auch eben das Gefühl ja irgendwie leckt da ein bisschen gerade ja das schließt schon mal schon wieder nie ich nehm auch grad auf es leckt auch ein bisschen sehr ruhig aber leckt auch wirklich das Server leckt auch ein bisschen was willst du mithacken ich pack noch kurz die Steine rein das soll stimmen ich mach mal sorry ich mach mal wieder ich hab jetzt falsch angegriffen 55 Holz brauchen weil das ist natürlich erstmal die Engine Parts ausbauen genau ich brauch noch gleich eine Toolbox und ein Trenching Tool ein Trenching Tool ist noch mal Auto ne ja ja ist ein Auto gut wo ist denn die Option mit dir gerade was sollst du was sollst du Engine Part wieso ist das Engine Part aus ja ich mich verklick auf einmal zu ich hab's gehört also ist jetzt ausgebaut ja 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 jetzt ist mein Hochzeit voll mit Stein ja das ist aber ein bisschen dagegen muss ich sagen also bis dann mal ein bisschen über die Klicks mal ankommen hier oh mein Achse ist kaputt gegangen scheiße Engine ist ausgebaut ja nicht losfahren Engine Engine Status kann ich wieder ne ich glaube wie losfährt das Ding explodiert nicht so nicht das war nur einmal ha und hat mir Pair das mal anmacht macht Pair das ja immer wieder gerne wer macht das über die Reifen mal bauen da hat man sich voll ist schon drin muss man jetzt mal eine Neuachs nehmen so extra haben wir noch glaube ich da hinten aber jedenfalls noch einen reingepackt vorhin jedenfalls noch da haben sie ja wir uns das deutsch brauchen geplandert müssen auf jeden Fall eine neue aufstellen die die wissen an der Wolle 3 sind die wir hier uns geplandert haben weil wir hatten in dir das deutsch war einfach so viel geile sagen gerade 30 Steine sind hier sind sogar Waffen ne falls du noch eine SKS haben willst echt wo sind Waffen hier aber hier in das Deutschbox vier Stück aber halt nur Schottis und so wo renst du hin erst mal 3 wo gehst du hin das ist Deutschbox ja die einem Stein da sind sie einfach drin was sagt das du Gold Edition genau ja von Pokémon ja geil Gold Edition echt geil ja was ist denn hier drin SKS ist eigentlich für Pair aber egal mh wird man immer die zum Beispiel SKS die Deal weiß ich nicht ob du noch eine haben willst davon ja die sind alle sonst kacke ja die sind alle sonst kacke außer die SKS die geht ein ja ich weiß die will ich ja für die SKS hab ich sogar die Rounds die kannst du sogar haben das wäre geil hast du schon mal ne die kannst du in die Hand nehmen ne die SKS jetzt hast du hier wo sind die Waffe schon mal ja aber ohne Munition ja ich kämpfe dir gleich 3 Max ich fahre kurz besser um mein Haus bauen hier der Wagen sieht so aus als wenn er gleich kaputt durchstellt wieso das ist cool mir geht nix kaputt der Wagen sieht aber auch immer so aus der Wagen sieht aber auch immer so aus ja weiß ich ja deswegen hab ich die Gefahr auf die Halle roses weil der so im Arsch aussieht der ist auch ein 80er als Ding gehört so ja gehört so fast wir sind hier in der Zombie-Apokalypse der darf nix schön aussehen hast recht hauptsache es Pferd deswegen gibt's hier auch nen Bademann Warenmobil hauptsache Pferd ne Toolbox lass ich einen da drinnen eine Pickaxe ne Pickaxe auch raus ja der wurde aber für den richtigen Taviana gekillt der eine da SRQ RSQ Gambit wir sind vorallem auf Sektor B hier gar nicht da am Kämpfen oder wie sag ich ja nur ein Industriegebiet soll ja nur rein äh Ural sein das sind doch die anderen Teile von Sektor B bisschen beliebter dann laufen die auch auf der Insel immer ein bisschen rum ne ja 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 doch die scheiße zwei Sachen im Backpack die müsst ihr mal rauspacken ey so ich glaub ich gleich fertig so und wir brauchen noch 12 Holz ist der Essmonie in deinem Haus oder? ja musst du auf? welches ist denn das nochmal? das grüne das grüne ich mag noch schnell 12 Holz dann ist das Haus also da müssen wir trinken essen so die ganzen Tools können wir auch noch wegpacken träg mal da hinten einfach rein mach das man Wege Tools müssen wegpacken hm Wege Tools müssen wegpacken Wege Tools müssen wegpacken also ja das ist nicht das Richteste so gleich jetzt ist es soweit hier ist da ne Uti hier drinne ja hab ich da reingepackt die war in meinem Haus ich hab keine Muni dafür die Uti ich weiß nicht die die per mir äh die ich ähm die war jedenfalls gestern auch in meinem Haus als ich gestern gespielt hab war die mein Haus hier rausgepackt so ok weil mein Haus voll war noch nur Uti drinne ja in zwei irgendwo da so das war da eine ist deine gewesen eine ist meine ich lass die eine mal drüber so ich hab ja schon einmal hier Code-Log und so reingepackt jetzt soll das ein funktionieren du würdest zu gucken ja ne klar will ich ja zu gucken so Alter 55 Holz ey kranke scheiße so schauen wir uns das mal an hier mach kurz mal zu nicht dass hier irgendwelchen Bug kommt und hier passiert irgendeine scheiße will ich mich nicht ganz ordnungsgemäß machen wir das hier aber ich hab keine ich hab keine hast du auch mal ein Auto hingekriegt ey hast du eigentlich mal ein Auto hingekriegt ganz aus Sabina geholt muss man das sagen immer aus Sabina aber die gehen immer wieder kaputt von irgendwelchen Lappen die hatten wir verfolgen ich mach die immer in hier Jaroslav fertig da steht die meisten auch aus aber bei dem Scheiß bei der Scheiß-Server hier sind da nie Autos weil die alle Autos das Helden so muss ich nochmal Code eingeben hier Not enough material hmm 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 was fehlt noch was fehlt noch muss man es von anderswo machen bei der garage hat das auch ganz angezeigt was geht denn dann ja das steht ja nicht ich muss sie gleich kurz mal internen seite aufmachen ich da schon mal rein also ich brauche doch 40 steine das haus muss offen sein kann auch sagen ja das kann natürlich noch im schrank und für den fernseher wie geil ist das denn sie tor sonst hatte etwas heißen drin kommt man hier hat es geht ja gut hier kann man dann sachen einfach wo das scheiß was ich noch mal scheiß was gehen ich bin ein bisschen eng hier drin erst mal wollen die tür wieder zu ja geht auch perfekt ja mal geil wenn wir das haus muss das offen sein oder ich glaube das muss euch offen sein oder 40 steine weil sie nicht sind dann noch sind da vier steine noch drin aber alle rest alle genommen fast fertig stein naja gut fertig die a sks money herr hol ich jetzt ich kann die ganze zeit rum kannst du rausnehmen danke dann packe ich mal ein mega pack da ins andere haus und die dmr schon mal alles wichtige da reinpacken und alle waffen am besten ist das mein tool haus hier ist das mein tool aus dem markt die waffen waren da drüben rein wenn er waffen muss ich auch hier dran lassen soll ich mir dmr und eine fall brauche ich mal durch beiden falls brauche ich mal durch wo ist denn da hat nochmal von oben jetzt gucken schön durchgucken leitern jetzt hat sich das verschoben wir sind ja gerade raus da habe ich sie noch sonst kein frau uns nimm dir das eine serverlektrikt richtig hart rum jetzt nicht mehr feierlicher limestone ja wie gesagt die sporn immer in dem haus ja die borscher will über drei da musst du so cinderblocks zusammenbauen das krieg aber auch mal zeigen hier strecken auch mal das geht sollte jetzt ein funktionen also da ich jedem bekannte an der sieht wie glaube ich hier ein paar waffen hier rein das ist die waffe von der perma stammt welche sgs ja naja eigentlich eine billige waffe weiß ich nicht das ist nicht so mega poni ich mach dir noch den mega pack hier rein da habe ich hier auch noch eins dran so fuel start ist wenn man das beste dabei sagt ja der ghost gestern hat uns richtig abgesackt ey in der agger glutsch hat er uns das weil es uns auch so geklaut hat er ey richtig kacke zu uns willst du verstecken oder was ja gut ich war mal da hinten wo der pick-up sonst immer stand ja verstecken gut einige verstecke haben sie schon gefunden also am besten irgendwelche steine hier gibt es ja keine büsche wo das verstecken kann so gut jedenfalls ich packe mal hier hinter ich glaube auf dem strand läuft hier keiner längs kann man nicht ne da läuft auch keiner längs ach ja wollte ich kurz mal zeigen hier ähm ich bin ja jetzt gerade am aufnehmen wo ist jetzt hier so ein reinforcement wood wo ist jetzt hier so ein reinforcement wood braucht man glaube ich zwei und für den limestone brauchen wir zwei oh es wird doch dunkel jetzt so und dann können wir jetzt hier irgendwie jetzt habe ich hier so ein so ein cinder block die werden nachher benötigt also steht auch hier house building material die werden nachher benötigt um Level 3 auszubauen behalten wir natürlich na gut auf die jetzt selten sind kann man sich selbst weiß ich nicht naja spawnen ja jeden tag hier da also jeden mal auch jedenfalls immer ein reset na keine ahnung ich brauche jetzt noch nicht bis ich bin level 3 bin dort noch ein bisschen ja ein main roto hätte ich noch oder oder ich muss du wissen willst du ihn haben licht an dir mir ist eigentlich egal das gehört mir hätte ich genug also ich hätte alles ich auch ja komm dann machen wir ihn ja schnell fertig ja dann packen wir ihn wieder in den wagen zusammen ne dann baue ich eben wieder in den wagen zusammen ne wieso denn braucht man den wagen dann kann er hochlaufen das dauert ne komm wir fahren ne ja gut okay dann mach das fragen wir machen wir dann packen wir zusammen ähm main roto äh wo ist die big jerrycan da big jerrycan was brauchen wir noch äh engine 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 rote ping ich glaub's nicht die auch ne nicht liegt am survey ich weiß nicht genau wieviel scheiden da brauche ich nochmal sechs mit dann schreib ich jetzt noch ganz viel gefunden ist gut sehr gut ich stehe ich das ding hierher und du kannst ja ein auto wieder herfahren nächstes projekt sagen wir mal ist eine garage war ja 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 eigentlich schon ja dann fahr mal hoch zur burg wie viele garagen kann man eigentlich bauen jeder ich glaube auch nur eine eine kleine und eine große vielleicht ich weiß gar nicht aber ich habe noch nie eine große gesehen oder habe ich mal ich weiß es nicht ich weiß nicht was so richtig ist zwischen das voll garage und der big garage oder large garage heißt es ja hier ich glaube die größere ist ich glaube da kann man zwei autos ist glaube ich einfach so echt ich glaube wenn du wirst dreihau ist ja auch ne garage dran ne wo fährst du hin moore wie krass ist dies hier bei mir alter hab ich einen leck ich hab irgendwo die valapampa gefahren oh gott jetzt bin ich da sei noch genug spritt drin ja rote ketthe ich werk schon hier wieder lecks und klar und hier also das war eben schon so gelegt die flüssig durch ich sag ich guck mal ganz kurz die ep nicht online bitte nicht wir wollen sich die eigentlich machen gestern was gestern gar nicht daran er war mit den handelte wo ich und per wir wollen ein bisschen über uns ins lager gekommen ja die perr wollte ich brauchte ein reinforcement damit ich den grund vorsteigen baut bauen konnte also die die hier ist das hier von der mensch war ich das wort mir ein fundament wenn wir machen dann kurz stehen da kurz stehen nicht im umfang stehst du ja ich stehe siehst du ihn siehst du ihn ne das war weg der ist weiter weg ich habe auch wieder rote kette er ist voll ich laufe hier gerade hoch den berg ja ich weiß nicht wo er war also der war also hat nicht auf uns geschossen aber der ist ja irgendwann durch jetzt alles mit ne ja ja gut dann kannst du dir irgendwie umgeben um ein bisschen absichern das auto kannst du auslassen das hört man voll nein das ist eigentlich leichtes auto hier aber gut ich brauch holst du mal video qualität hier für eine ich fahre ich noch mal ein bisschen da an das ist jetzt echt zu dunkel für mich brauchen unbedingt night vision ey ne ja von dem lager ist ja keiner online aber läuft es kann ja auch noch sein dass jemand anders hier in deinem Lager rumläuft aber wer ballert denn hier mit dem Makarov rum? hier ist doch nix, wieder rote Kette hingewonnen, ja hast du auch? nö okay du hast Scheiben, ne? ne, ich hab alles, ja ähm, noch kurz ruhig, bitte diese crazy Sachen ab, ey, da buggt einer ah ne, ist dort der glitscht da im Heli jetzt am Raum im Heli? ja, der hat die gerade rausgeglockt, glaube ich, also die Diff und wurde disconnected ja, ist er tot hat er irgendwas dabei? ich komme jetzt gerade zum Heli ja, kannst du kommen nö, nö, du hast respawn, ne? er buggt die ganze Zeit durch die Gegend oh, ne Brandage, ist cool hier ich hab nix mehr, meine Bandage, ich hab nicht mehr so viele ich hab Penkelof ich hab glaube ich gar keine Bandage mit den Diffen reparierten gar keine, also war gefährlich, du lebst auch gefährlichem Fuß zu so, ich fang mal an zu reparieren okay okay glas ist noch der Heil, also mit Glassen? oh, dann muss 2 oder 2 Heile, das ist sehr gut mhm na, 70% reicht doch, ne? ja, reicht doch ja aber ich hab ja trotzdem alle so, was für Siegertz-Rung immer schliegen ja ne, ne, ne... immer schliegen ja da weiß ich nicht, ob der sich ausgesagt der, jedenfalls im Stein rum im Heli ey, nehm, Stein, sag ich im Heli hm, Heck kannst du ne Aufnahme mehr sehen ist alles drauf mhm haben wir jetzt für engine 0% haben wir jedenfalls wieder ein heli jedenfalls klein überhaupt nach dem kleinen ja ja ich bin noch gleich für die pause ja ein bisschen beschleunigen das ist auch schon sechs scheiben und kackt ding dafür nicht so viele gebraucht wir sind ja jetzt schreiben wir was auch nicht warum die europäische umgehen was ich weiß gar nicht wenn ich noch immer was lieber also scheiben muss ich mal als den körper mal heiden was kann ich den gleich mal heiden die hat eben im helium herumgepackt vielleicht packt er wiederum nicht starten will study body kann ich mir grad machen nicht halt das ist noch nicht ist er überhaupt tot ich kann es ja ja ich mach schon ist weg ok so die backjack naja du kannst zurückfahren zum lager ne ich bin schon in der luft ich bin noch nicht bei meinem wagen ich bin noch mal auch aber das sind dort bei allen namen nachdem nachdem und ihr zwei kälst 1 bevor war man wenn kommen und so wollen mit gehen Was heißt, wenn das mal kaputt oder was? Ich bin genau neben dem Baum Hast du es kaputt gemacht? Ne, ne? Zeigefehler Naja, weiß ich Also, bei hier ist alles grün, aber morgen, wenn wir die Sorger Result haben, ist das schon auch wie orange, obwohl alles dran ist Also, wenn es dann ein bisschen verpackt, muss ich sagen Aber ist jedenfalls gut, wenn jemand da ankommt und merkt das irgendwie, der ist irgendwie nicht so wirklich frisch Der ist nicht so wirklich heil Der wird dann auch nicht damit weg Ja, das stimmt wohl Könntest du recht haben Bist du schon da? Ja, ich bin gelandet jetzt Oh Gott Ich war ja nicht fertig, denk ich Ich glaub's nicht Na Ich hör dich immer noch lautstark, als wenn du neben mir stehst Wie hört das Ding immer noch? Ja, kein Wunder Jedenfalls haben wir jetzt nicht Na, ich bau kurz die Sachen schnell aus Die Stau kommt jetzt erst ja an, ne? Nehmen wir ja eigentlich mal diese Börter, das hat mein eigener Annamen, den lese ich dir mal vor, pass mal auf Das Ding heißt, äh... Ah... 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 H 6. not XD Ah... Ah... Angst, H6x, ey... oder so was noch, oder? Alles gut. Kann ich ja schlafen. Na, könnte man echt. Das stimmt. Ich hab noch das geile Moden Du, ey. Was ist Moden Du? Moden Du hab ich. Eins. Der seltenste getränkter Wild. Na, der Wild vor allem. Ich hab alles, ne? Na, na, nicht Gott. Ich muss jetzt mal warten, da. So, zack. Das ist jetzt sogar Dein Wagen, Mann, ne? Ich hab noch mal einen geilen Strip-Grab-ATV. Ja, wieder gar nicht. Immer wieder. Alter, ist ja beim Leggen, ey. Müssen wir mal die Tür zumachen. So, das war jetzt alles ausgebaut. Gut. Ist meine Tür zu? Jo. Die ist auch so. Jetzt muss ich ja bei zwei Häusern gucken, hier. Ja, jetzt müssen wir nächstes Mal nur echt mal Waffen sammeln, irgendwie. Ich brauch eben hier, also so einen Mund hier haben wir ohne Ende, aber die Waffen fehlen dafür. Hier ist, glaub ich, auch alles ausgebaut, drei Reifen. Ja, hier ist noch eine Storage-Box drin. Die nehmen wir mal mit. Oh, ne, lass dran, scheiß, warum wir eh nicht. Haben wir hier auch nur von. Was dran? Glaubt eh keiner. Ja, fühlt man sich schon ein richtiges Dorf hier schon viel holen. Jetzt kommt man als nächstes in eine Garage. Mehrere Garagen. Ja, also ich komm mal sogar schon bald, vielleicht. Ich versiere mal Bände, wenn es zwei seid, ey. Also echt Arbeit, ey. Also ich bin ja bestimmt doppelt so lang wie ihr. Ja, aber ich lege ja noch eine Nachtschicht ein, ne, nicht. Jetzt könnte ich das auch ruhig machen. Ferien. Ja, so bis 3 Uhr nachts, ne? Ja. Stört nicht. Wird auch belohnt hier. Ne, du hast doch so sechs Dream-Posten zusammengekriegt bei vollem Survey. Okay, ja, kommst du mal zurück zur Basis hier, oder? Sofort. Drei Reifen habe ich jetzt abgebaut. Ja, langt. Einer ist ein bisschen kaputt, aber. Nö. Nö. Der anderen passt nicht mehr bei mir. Einen ist in den Rucksack. So, hören wir los. Na gut, ein Hedi, zwei Fahrzeuge und ein großes Haus. Ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Ich habe ein bisschen was geschafft heute. Einfach mal trinken hier. Darauf trinken jetzt mal eine Pepsi, ey. Schon zwei Kills mit der geilen Cobra hier. Sag ich mal, sag ich so, scheiße. Die macht ein bisschen wenig damage, muss ich sagen. Na gut, ich verpiss mich mal, mein kleines Haus. Die SKS macht, glaube ich, ganz gut damage. Aber jetzt ist ein einzig Schuss, was du hast auch nicht geschossen haben. Warum sollte ich damit schießen? Nö. Ich sehe eh niemand. Nö. Wäre dein Glück, dass er da im Heli war. Ja, der wissser, der hat sich ruhig auch ausgelockt, der packte der Sohn. Ich finde, jetzt mal Reifen hier rein. So, Haus zu. Ich habe alles. Komm, geh raus, geh raus, geh zu. Boah, geh zu, scheiß Tür. Koto-Slieb jetzt. Alter, will sich verarbeiten, jetzt geht die Tür nicht mehr zuhören. Ich kann meine Tür nicht mehr zuhören. Warum das denn nicht? Wollte ich doch nicht, ich muss den Code einpassen, ich denke, doch jetzt hinzuzuzu. Ich höre es sogar selber. Ja, hinzuzuzu. Alter, der G ist vorbei. Naja gut, das war es in der Session erstmal, jetzt, ja. Soll ich mal Aufnahme-Pause hier? Ja, Lukas, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Ja. Hammer, geil, haut rein.